Genau, das ist irgendwie gut. Geht da echt einer um die Ecke runter. Wo ist denn der Scheiß Drohnenschmeißer? Da ist er! Na ja, mehr Drohnenputze so. Hast du den weg? Nein, noch nicht ganz. Jetzt ist er weg. Jetzt nehmen wir noch einen Sniper. So, der fährt zurück zu seinem Herrchen. Mal gucken, wo das ist. Da ist er. Jetzt ist gut. 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 Müdig. Sanftmütig. Sanftmütig. Verstehst du? Jetzt waren hier so viel. Waren hier so viel Gegner in dem Raum. Und ich habe gerade mal einen Lootstreifen bekommen. Ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Treffen muss ich nicht. Das ist super. Du kriegst immer weniger Loot, je öfter du die durchläufst. Beim achten Mal kriegst du ja gar kein Loot mehr. Ja, genau. Da musst du noch was mitbringen, was? Genau. Da musst du deinen Rucksack leer machen. Ach du liebe Zeit, ja dann gute Nacht. Und dann sind wir schon so weit. Ja. Bereit? Ja. Guck mal, die sitzen hier alle hinter dem Ding. Mein Liebling ist nichts hinterher ohne Stadion. Ja. Ei, die stellen da immer was ein, die Saule. So, Kohle raus, Olaf. Ohlalala. Eine Granate von dem Granatenwerfer und man liegt im Dreck. Ja. Du, wenn du eine Granate machst, dann kriegst du außerdem ein kleines Kästchen oben ab. Ja, das ist doch egal. Eben. Wenn das ein richtiger Krieg wäre, ich würde mich sowas bei der Kriegskonvention beschweren. Ja. Ich glaube, das ist unfair. Ne gelbe Heilerkiste. Da reicht er ein bisschen los. Ehhh. Ja? Komm, bitte. Halleluja, Halleluja, ho, 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 die ist mir weggestossen worden, jetzt wo ich reingelaufen bin, auf einen Schlag, ich hab dir die Rüstung aufgemacht im Rennen rückwärts, wo ich zurückgerannt bin, ja so ein Ding da, aber ich hab nur eine, ja. Die Vaniller Hunde, das ist es auch, die können eine Granate nach dem anderen rausschießen, ne? Ja, das ist mein erstes, bei denen, bei denen, wenn eine Granate trifft, und die trifft fast immer, ne? Die haben keinen Cooldown. Ne. Und vor allen Dingen, die Granate haut dir alles weg, was du hast. Ja. Da bist du aber vielleicht noch einen im Punkt, wenn's gut geht. Ein bisschen Regie spielen hier, mal gucken, wer interessant ist. Da ist es mit einem Schlag alles weg oben. Ja. Ja. Nein, doch. Ich kann nicht an der Front. Das ist ja gut. So ein Scheiß, ich wollte noch ein bisschen gucken, zu gucken. Nexis, ran an die Front hier. Ja, so ein Scheiß. Ja, da kommen wir mal wieder rein. Ja. Ja. Ja, hol dich mal, nimm dir noch einen Keks. Ja, geht ja schnell. Braucht kein Niemann. Die Musik, die ist so, als wenn Abtrünge da wäre. Ich seh' aber nicht, weil nichts gemeldet worden ist. Ich hab auch gesagt, als wenn. Als wenn. Wenn. Ich hab gesagt, da sind welche. Als wenn. Als wenn. Als wenn. Als wenn. Als wenn. Alter, was hab ich denn gemacht? Wo ist denn, wo ist denn Ziggy? Hier, hier, hier. Ich hab kein Medifiz. Ich kann nicht ja nach vorne laufen. Ach so. Ich kann mich nicht mal heilen. Ich hab auch kein Medifiz mehr. Nix mehr hab ich. So. Liegst du, Olaf? Äh? Liegst du? Nee. Nee, 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 nee. Lieg noch nicht. War jetzt gleich. Sagst du mir, das hat gesessen, du. Kommt auf mich, du glaubens doch, das hat gesessen. Ja. Da ist einer festgeladen. Und dieser Nebel. Ehrlich. Regt einen aus. Nebelscheinwerfer-Mod. Das. Das. Da. Da. Ohne Kopf nicht. Die Kopf nicht. Äh. Weil hier muss irgendwas sein. Die Drohne zieht in den Raum rein hier. Hab ich gesehen. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Nein, die kommen wieder. Das ist der, der kommt immer ab und zu. Aber ich hab... Kein Minifact. Ja, hab ich doch gut. Hast du noch einen Schütz gehabt, den hättest du hingestellt, wenn die Throne weg gewesen wäre? Mit deinem Geschütz? Wenn wir das Geschütz was behäusen, hätt ich jetzt. Na doch, der schießt ja die Throne weg. Die Throne hat mir doch nix... Doch, die Throne hatte ich gerade gekillt. Die Brand hier bis uns Throne war. Danke, wer hat mich denn wiederbelebt? Och. Der heilige Geist. Der heilige Geist. Dann sag ich dem heiligen Geist mal Danke, ne? Ah. Ja, ja. Ich war ja zwar zu Backe hier. Es ist doch... Es ist doch hier... Ist es? Was ist es? Mit einem Wort, es ist so. Kannst du doch sagen, was du willst, es ist so. Es ist so, das ist doch kacke, ne? Ja, es ist so. Und warum? Oh, der Terra liegt auch. Lass mich mal liegen, kein bisschen Regie spielen. Ja, ja. Bist du ne Sonnenbrille auf? Also wenn der Regisseur will, nur mit Sonnenbrille, ja? Sonst funktioniert das nicht. Dann kann ich mal eure Spielweise studieren. Ja. Jetzt heißt es ran an den Gegner, sonst kriegen wir nichts mehr. No, ich brauche unbedingt, da braucht mir die Beds. Du hast auch noch nichts gegen deine Rüstungsregeneration getan, ne? Geht dagegen nicht, nein. Dafür habe ich schon was getan, aber das ist wenig, was ich da habe. Ah. Ja, denn vielleicht, ne Highlight-Drohne brauchst du gleich bei dir. Die Highlight-Drohne, die habe ich ja. Die, die belegt? Ach, die liegt hoch? Ja. Ich wundere mich gerade. Was ist hier los? Ich stehe auch mal. Ich dachte, ich bin fertig. Jetzt krieg mal einer gucken, ne? Du musst auch was erarbeiten, ja? Nicht bloß rumliegen. Lass mich da auch mal rumliegen, so. Ich nehme jetzt mal, wie er meine... Oh, gesäubert. Gut, fein, schön. Gut. Ein Lob dem Säuberer. So. 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 So, jetzt mal gucken, was das für ein Loot ist. So. wird dann auch mehr oder so, ne? Man weiß es ja nicht. Ich habe ja noch nie legendär gespielt. Also hier in diese Richtung. So, Schaden durch kritische Treffer. 11,1. Das lege ich mal raus für Olaf. So. Da habe ich noch hier Schaden. Hat er das jetzt genau da hinkriegt, wo mein Luke ist? Da musst du dann gucken, untersuchen und dann 5,2. So. Mann, ey. Das geht halt hier so. 11,1 habe ich noch mal. Braucht noch mal jemand 11,1? Ne, ich lege mal raus. So. Nochmal 11,1. Und einmal 11,5. Wer möchte... Ne, 11,5 ist meins. Denk ich sonst genommen, ja. So. Okay, das wäre das. Was wäre das? Gegen Schaden. Verliegen jetzt das Maximum Schaden durch Q12 und 3 auf 3. Hetzern. Bei Tötung? Ja, warte. Ne, ist mein eigener. Die kann ich ja hier reinpacken. Rüstung bei Tötung. 11,4. Äh, ist auch doof. 11,2. 11,1. 11,0. Und 11,0 habe ich. Aber Schaden durch Q12 habe ich hier in Summit, seitdem wir jetzt da rumrennen, noch nicht ein einziges bekommen. Was? Schaden bei Töder? Schaden durch Q12 habe ich schon öfter bekommen. Lauter gelbe. Na klar, weil ich natürlich auch gelb spiele. Und blaue. Aber Schaden durch Q12 kann ich mich nicht erinnern. An eine fertige Wirkzeitverbrauch, 9,1. Wirkzeit? Ja. Die sammle ich gar nicht, weil ich finde, die wirken lang genug. Nee, nee. Fertigkeiten-Wirkzeit. Ja, wir versuchen halt hier zu 6,0 Chance auf Crit zu kriegen und 12% Schaden durch Crit. Also, naja, wenn ich welche habe, überhaupt dann... Ja, wenn du welche hast, die kannst du rauslegen. Da klopfen wir uns dann drum. Da machen wir ein Battle. Ja. 15% Schaden durch Q12. So, hier liegt noch was. Weil er sich nicht rausgepackt hat. 2 mal 11,1% Schaden durch den Crit-Schatten. Kann der Nick auch nehmen, vielleicht wenn du erstmal einen hast, vielleicht kriegst du den ja auch. Komisch. Da heißt der eine Angriffssystem Geschicklichkeit und der andere heißt Angriffssystem Waffen. 12,1% Schaden. 12,1% Schaden. 12,1% Schaden. 12,1% Schaden durch die Angriffssystem Waffen. 12,1% Schaden durch die Angriffssystem Waffen. 1,1% Schaden durch die Angriffssystem Waffen. 1,1% Schaden durch die Angriffssystem WSA0. 3,1% Schaden durch die Angriffssystem Waffen. Warum habe ich denn hier voll meine Scheiß-Mods? Ja, weiß ich nicht. 100 von 100, das darf doch nicht wahr sein. 11,2, Schadens 12,1, ne? Nimm sie mal mit, Terra, die kannst du mir später dann dem Sigi unten nochmal rauslegen. Na, die Mods, die kann er ja jetzt nicht mitnehmen, weil er voll ist. Der Sigi ist voll. Voll, voll, voll. So. Dann nehm ich sie mal. So. Fürst meins, ist doch gut. Gute Mods. Ja. Ich glaube, ich stelle jetzt auch mal um vom Mods weg, weil... auf Ausrüstung. Was hätte ich denn gerne? Ich stelle mal auf Pestilenz ein. Bitte, bitte nur Pestilenzen. Genau, ich stelle mal auf Pestilenz ein. Ich meine, Exo-Waffen kriegst du eh bloß vom benernten Gegner, ne? Ja. Na, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich habe letztens ein Video gesehen, da ist einer das Kraftwerk gelaufen. Das war in den Tagen, wo wir gesagt haben, die wollen es eigentlich wegpatchen. Aber da kam dann am Vormittag ein Video von wegen, oh, guck doch mal Leute, das geht immer noch. Der ist auf dem Weg, der hat es auf Normal gespielt, auf dem Weg zum Hubschrauber hat der Exo-Drops bekommen von normalen Fuzzis. Ich war heute auf Roosevelt Island, gell? In der ganzen Mission hatte ich zweimal diese komischen BT-Handschuhe gekriegt. Naja, schön zerlegt und dann ist gut. So, ich mache mal die Tür auf, damit es nochmal weiter geht. Ich mache gleich meine Drohne raus, ich weiß auch nicht warum. Komm, 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 ne, pack die erst raus, wenn du da bist. Ich bin gleich durch die Drohne alle anschießt hier. Anziehen? Anziehen, aber die Hände stehen noch da. Ja, ich bin nicht so weit. Ihr werdet es doch wohl, zwei Minuten da warten können. Warum? Ne, warum? Weil ich noch nicht so weit bin. Ich habe ein Fusschen. Hast du ein Fusschen? Oh, ein Medipack. Juhu. Ach, der Olaf muss ja nochmal wieder wegreißen, ein Medipack holen, ne? Ja, geb ihr an. Ein Stopp! Der Olaf ist Teamleader. Achso, Olaf. Gruppenführer abgeben. Gruppenführer abgeben. Ja, ja, ich gebe das ab. Du willst es ja unbedingt tun. Bittchen. Ja, weil du ja wieder in die Lobby musst, ne? Ja, weil du ja wieder in die Lobby musst, ne? Also, Karin Trinken und Medipacks holen. Weil du ja wieder nach Washington zurück musst. Und Medipacks holen. Warum? Der kann doch hier in der Lobby gehen. Der kann doch hier in der Lobby gehen. Aber eins bringt ihm nicht viel, wenn ihm vier fehlen, ne? Ne, also, wenn er in Minute ja vier Stück verbraucht hätte. Hm. Sigi, hast du noch genug? Ich betreibe nicht wieder maßlos, ne? Medipacks? Ja, ja, ich bin voll. Gott. Was hast du oben liegen? Eins? Ja, spring doch mal zurück. Nein, das landet mir doch nicht. Ich habe drei. Ich habe hier oben eine Kiste aufgemacht, aber eins drin. Ach, du hast drei. Nein, na, denn, dann brauchst du nicht springen. Bin ich auch irgendwo bald einen Schlüssel, oder haben wir den schon? Den hat... Haben wir schon. Ne, schon einen damit. Aber da kommt ja jetzt bald irgendwo die Tür, ne? Jo, jetzt müssen wir irgendwann mal hier durchkommen, und dann haben wir ein bisschen ein Jackpoint endlich mal erreicht. Nach vier Stunden Spielen. Oh. Geschätzt. Ja, wir haben gestern schon ein bisschen gekämpft, und dann... Hört sich ja grausam an. Jo, da haben wir abgeklappt. Bis wohin? Bis wohin sind wir nicht gestern gekommen? Bis zur sieben, oder? Wie es ich gäste, bis zur sieben gekommen. Weiß ich nicht. Sieben? Da haben die sich doch totgelacht, haben die sich alle hier.